Herzlich Willkommen auf Gutscheinrausch.de Heute wollen wir euch die mobile Anwendung vom Kabelmeister.de vorstellen Die Internetseite werden vielleicht schon einige von euch kennen und selbst wenn ihr sie nicht kennt, könnt ihr jetzt am Namen eigentlich schon ableiten, worum es da eigentlich geht Nämlich ist Kabelmeister ein Spezialanbieter für Kabel aller Arten zum Beispiel aus dem Bereich Netzwerk, Computer oder auch Home Entertainment sowie auch Audio, Video, SAT TV und vieles vieles mehr Und dieses Internetportal kann man auch hier mobil mit dieser Anwendung erreichen Man kann sich das Sortiment damit anschauen Und das funktioniert mit dieser mobilen Anwendung hier ebenfalls Kabelmeister, kostenfreiem Android Play Store erhältlich Und hier ist es jetzt zum Beispiel möglich auf der Startseite sich ein bisschen wild umzuschauen Man hat aber zusätzlich auch die Möglichkeit jetzt hier in die Kategorien einzutauchen zum Beispiel Original Kabelmeister Dort findet man dann die jeweiligen Produkte, die hier direkt von Kabelmeister stammen Es ist aber zum Beispiel auch möglich zu sagen, ich suche was ganz Bestimmtes im Bereich Beleuchtung Und dann kann man nochmal auf die Unterkategorie LED-Lappen zurückgreifen und findet dann hier schon unterschiedliche Sockel und findet da dann im Idealfall natürlich auch genau das Kabel, was man selber benötigt Und die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich groß, das Sortiment ist nämlich auch ziemlich groß Es gibt den Shop bereits seit über 10 Jahren und da ist natürlich auch einiges an Erfahrung hinter Also die wissen, was die Leute so nachfragen und haben dann meistens auch die passenden Sachen im Angebot Ihr seht alleine hier in dieser Unterkategorie, da ist wirklich einiges mit dabei Gehen wir nochmal in den Bereich Kabel Hier seht ihr dann noch so die typischen Kabelnetzwerke, USB ist natürlich mit dabei Und auch hier gibt es natürlich wieder die Unterteilung in Micro-USB Aber wenn man jetzt ein Y-Kabel zum Beispiel sucht, ein USB-Y-Kabel dann wird man das hier auf jeden Fall auch finden Und wenn man sich jetzt so die Preise anschaut, 1,40€, 1,80€ Wenn es, ja, ist wahrscheinlich ein bisschen länger Ja genau, das eine ist 60cm, das andere 1m Da kann man sich nicht mal beschweren Denn oft ist es ja so, dass Spezialanbieter wirklich richtig zur Kasse bitten Aber hier für 1,40€, ich denke mal, das ist für ein Kabel noch durchaus in Ordnung Und wenn sich das jetzt hier ergibt und einem das passt Klickt man einfach in den Warenkorb und schon wird das daran gespeichert Man kann sich auch noch Eigenschaften anschauen, Bewertungen anschauen von Nutzern Falls hier welche schon vorhanden sind Und so ist dann eigentlich die gesamte Anwendung aufgebaut Es gibt hier an der linken Seite nochmal die Möglichkeit auf den Warenkorb zu greifen Da sieht man dann, was man hier alles gespeichert hat Man kann dann zur Kasse gehen, muss sich eben kurz anmelden oder registrieren Und dann auch ganz einfach hier mobil mit dieser Anwendung diesen Kauf abschließen Man kann sich auch noch einladen und registrieren Man kann auch auf die Zahlungsarten hier zurückgreifen Das wird dann einfach kurzerhand hier geladen Ja, Paypal ist mit dabei, Visa, Mastercard, Sofortüberweisung, Vorkasse Und eine Rechnung ist auch möglich Ja, es gibt hier oben rechts noch ein paar Verknüpfungen Da kann man zum Beispiel nochmal auf den Warenkorb zurückgreifen Oben rechts gibt es noch ein Impressum, also links daneben in diesem Falle Und hier kann man sich ebenfalls nochmal einloggen Ich finde die Anwendung insgesamt ziemlich gut Es ist natürlich ein Spezialshop, aber wenn man in diesem Bereich was sucht Wird man hier in diesem Internetshop auf jeden Fall fündig Und mit der mobilen Anwendung klappt das Ganze auch wunderbar von unterwegs Das war's von uns, bis zum nächsten Mal Ciao